Der Friede von Amins wurde am 25. und 27. März 1802 im nordfranzösischen Amins zwischen Großbritannien auf der einen Seite und dem Napoleonischen, Frankreich, Spanien und der Batawischen Republik auf der anderen Seite geschlossen. Er beendete damit endgültig den Zweiten Koalitionskrieg, nachdem bereits 1801 im Frieden von Luneville die britischen Koalitionäre Österreich und das Heilige Römische Reich aus diesem ausgeschieden waren. Gemäß dem Frieden von Amins sollte Großbritannien alle kolonialen Eroberungen außer Ceylon und Trinidadan Frankreich und Malta an den Malteserorden zurückgeben, der einer von allen europäischen Großmächten garantierten dauernden Neutralität unterworfen sein sollte. Frankreich sollte Ägypten, Neapel und den Kirchenstaat räumen. Die Unantastbarkeit des Osmanischen Reiches wurde garantiert. Frankreich war de facto der Sieger und Schnitt somit deutlich besser ab. Langfristig konnte der Friede jedoch nicht halten, denn Napoleon unterließ es, einen Handelsvertrag mit Großbritannien abzuschließen. D. H., dass alle Einschränkungen, die während des Krieges gegolten hatten, auch weiter bestanden. Keine der Bestimmungen des Vertrages wurde vollständig erfüllt und so kam es ab dem 18. Mai 1803 erneut zu Auseinandersetzungen. Somit wehrte der Friede nur 13 Monate und drei Wochen. In dieser Zeit strömten britische Touristen auf den Kontinent. Christopher Herold zufolge befanden sich bis September 1802 allein in Paris 10.000 Briten. Und in den aufblühenden Salus der großen Damen sprach man sich wieder mit Madame Stadbürgerin an. Unterzeichnet wurde der Vertrag vom ersten Konsul Napoleon Bonaparte und Josef Bonaparte für Frankreich, Rutger Jan Schimmelpenning für die Batawische Republik, Jose Nicolas de Azaray für Spanien und Charles Cornwallis. Erste Marcus Cornwallis für Großbritannien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017